Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Wurzeln und Flügel für Kinder. Mein Name ist Ada Jungblut und in diesem Podcast möchte ich mit dir gern mein Wissen über Umgang mit Kindern teilen, dich mit meinen Gedanken inspirieren und dir zu einem glücklichen und erfüllten Leben mit deinen Kindern verhelfen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu der nächsten Podcast Episode und in dieser Episode möchten wir darüber reden, wie wir als Eltern unsere Ängste auf unsere Kinder übertragen können und wie wir das vermeiden können. Angst bestimmt unsere Gesellschaft. Wir werden mit Nachrichten über Bedrohungen und Katastrophen aus der ganzen Welt täglich durch Medien bombardiert. Das heißt, wir sehen uns täglich Nachrichten an, in denen berichtet wird, wo es noch einen Terroranschlag gab und noch eine Katastrophe und noch ein Mord und noch ein Verbrechen und so weiter und so fort. Das Fernsehen manipuliert uns und zwar so, dass wir oft negative Gefühle entwickeln, was unser Weltbild angeht. Fernsehen macht uns bei manchen bewusst, bei manchen unbewusst Angst. Ganze Industriezweige sind darauf spezialisiert, uns Angst zu schuren, um uns dann ein vermeintliches Gegenmittel zu verkaufen, sei es zum Beispiel Versicherungen, Schusswaffen, Desinfektionsmittel, Medikamente und so weiter und so fort. Und wir als Menschen schleppen diese Angst dann durch unser Leben und projizieren sie auf alles Mögliche. Jeder von uns hat Angst. Wir denken, wir hätten Angst vor Spinnen, Schlangen, Spritzen, Krankenhaus, Krieg, Armut und so weiter und so fort. Dabei steckt es etwas ganz anderes dahinter. Es ist bei jedem Menschen gleich. Es ist die Angst, unsere Gefühle, unser Körper und unser Leben nicht mehr unter Kontrolle zu haben. Wenn man zum Beispiel sagt, ich habe Angst, ein Referat vor einem riesigen Publikum zu halten, dann hat man ja Angst nicht vor diesem Text, was man dann sagen möchte oder nicht vor den Menschen, die dort sitzen, weil die tun einem ja gar nichts, sondern man hat Angst eigentlich vor sich selbst, wenn man so überlegt, hat man Angst vor eigenen Gefühlen, vor eigenem Körper. Und zwar, es kann während des Vortrags dazu kommen, dass ich meine eigenen Gefühle und meinen Körper nicht kontrollieren kann. Zum Beispiel, dass ich anfange zu stottern oder dass mein Körper zittert oder dass ich vor Anspannung anfange zu weinen. Man hat immer Angst vor eigenen Gefühlen, eigenem Körper und eigenem Leben. Und zwar diese drei Bereiche nicht unter Kontrolle haben zu können. Die Angst ist niemals real. Das heißt, die Angst, die wir empfinden, sozusagen ein Besorgnis, das liegt immer in der Zukunft. Das heißt, wir stellen uns etwas vor, wovor wir selbst Angst haben. Das heißt, wir produzieren etwas in unserem Gehirn, irgendein Bild, wovor wir Angst haben, ohne zu wissen oder zu 100% zu wissen, ob das wirklich so eintreten wird oder nicht. Und diese Angst lähmt uns. Diese Angst macht uns schwach. Die Angst nimmt uns die Möglichkeit zu entscheiden und gibt uns nur die Möglichkeit zu reagieren. Weil wenn wir Angst haben, können wir nicht mehr rational und vernünftig denken. Die einzige Angst, die man rechtfertigen kann, das ist unsere Ohrangst. Bei dieser Angst hat Körper drei Reaktionen. Das heißt, wenn wir eine für uns lebensbedrohliche Situation haben oder uns in dieser Situation befinden, haben wir drei Möglichkeiten. Zu fliehen, zu kämpfen oder zu erstarren. Bei einer Ohrangst können wir die Reaktionen vom Körper überhaupt nicht kontrollieren und nicht beeinflussen. Es läuft alles automatisch ab. Wenn die Gefahr vorüber ist, kehrt der Körper von alleine in einen Normalzustand zurück. So, das ist die einzige Angst, die man rechtfertigen könnte. Und diese Angst ist wirklich sehr, sehr, sehr notwendig für uns und sehr hilfreich, denn damit retten wir unser Leben. Alle anderen Ängste, die wir so haben, Angst vor Spinnen, Angst vor der Dunkelheit, Angst in den Keller zu gehen, Angst vor Unbekanntem, Angst vor Krankheit und so weiter und so fort, das sind konditionierte Ängste oder erlernte Ängste. Das heißt, entweder haben wir eine schlimme Situation selbst erlebt und haben beim nächsten Mal Angst vor dieser Situation oder wir haben etwas erzählt bekommen oder wir haben was im Fernsehen gesehen oder die Eltern haben ihre Ängste an uns als Kinder übertragen. Und da wären wir bei dem wichtigen Punkt, Eltern übertragen viele Ängste oder eigene Ängste auf ihre Kinder. In manchen Fällen bewusst, in manchen Fällen aber auch unbewusst. Also Kinder haben Ängste. Erstens, die haben erlernte Ängste. Zweitens, haben die entwicklungsbedingte Ängste. Und natürlich Urängste, die ich schon erklärt habe. Dazu gehört zum Beispiel die Angst vor Schmerzen, vor Feuer und so weiter und so fort. Alles, was unser Leben bedroht oder bedrohen könnte. Zuerst möchte ich auf die fünf entwicklungsbedingten Ängste bei Kindern eingehen. Das sind Ängste, die Kinder in ihrer Entwicklung erleben und die ganz normal sind. Also die erste Angst wäre im Säuglingsalter eine Kontaktverlustangst. Das Baby hat ja Bedürfnis nach Halt und Geborgenheit. Dadurch entsteht auch diese Angst, Kontaktverlustangst, diese eventuell nicht zu bekommen. Die zweite Angst tritt bei den Kindern meistens um den achten Monat herum, kommt das bekannte Fremdeln. Die Kinder erkennen bereits ein Stück weit, was tut mir gut, was tut mir nicht so gut. Auf welchem Arm möchte ich die Zeit verbringen, aber auf welchem Arm möchte ich auf gar keinen Fall bleiben. Und das zeigen sie auch durch bestimmte Emotionen, Reaktionen und so weiter. Früher hat man Fremdeln auch als Achtmonatsangst genannt. Dritte Entwicklungsangst bei Kindern ist Trennungsangst. Das heißt, in dem Moment, in dem die Kinder anfangen zu laufen, lernt er sich zu verabschieden und mit Trennungen umzugehen. Das heißt, wenn die Kinder besonders in den Kindergarten gehen, da haben sie immer Trennungsangst, dann fangen sie an zu weinen, wenn Mama weggeht. Vierte Angst, zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr kommt eine Vernichtungsangst. Das Kind spürt, dass es stärker geworden ist und größer geworden ist, aber merkt, dass es noch stärkere und noch größere gibt. Und das erzeugt Angst. Und die fünfte Angst wäre, um das vierte und fünfte Lebensjahr herum erfahren die Kinder Angst vor dem Tod. Aber nicht in dem Sinne, so wie wir den Tod verstehen, sondern ihr Angst vor dem Abschied nehmen. Und dann stellen sie oft Fragen auch, Mama, stirbst du? Mama, sterbe ich? Und haben wirklich Angst, von ihren Bezugspersonen irgendwann für immer verabschieden zu müssen. Das Interessante ist, dass diese fünf Entwicklungsängste wiederholen sich noch einmal zwischen dem siebten und neunten Lebensjahr und schließlich noch einmal während der Pubertät. Also das heißt, dass die Entwicklung des Kindes oder der Kinder ganz natürlich von Ängsten begleitet wird. Oder anders ausgedrückt, die Kinder machen ja eine Reise und haben so Übergangsphasen oder wie wir nennen Entwicklungsphasen. Und es macht Angst, von einer Entwicklungsphase in die andere Entwicklungsphase zu gehen, denn Übergänge heißt die Lust auf etwas Neues, aber auch Angst, das Vertraute zu verlieren. So, das waren die ganz normalen Entwicklungsängste von Kindern. Die anderen Ängste, die die Kinder haben, das sind alles erlernte Ängste und werden teilweise auch von uns Eltern auf die Kinder übertragen. Wer überträgt denn die Ängste auf Kindern? Meistens sind das Mütter. Warum Mütter? Weil Mütter viel mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen. Das sind sogenannte Primärbezugspersonen, weil Papa geht ja tagsüber meistens arbeiten und die Mama verbringt zumindest die ersten Jahre mit dem Kind den ganzen Tag alleine. Man muss verstehen, dass die Kinder wirklich sehr, 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 sehr empfänglich sind für übertragene Ängste. Weil die Kinder können wirklich nicht unterscheiden, ist das wahr, gibt es das wirklich? Sie sind uns ausgeliefert. Die glauben ja alles, was wir ihnen erzählen. Sie können sich kaum wehren dagegen, vor allem wenn diese Ängste von einer nahen und geliebten Person ausgehen. Wie erkennt man, ob ein Kind Angst hat oder nicht? Es gibt ja extrovertierte Menschen und introvertierte Menschen. Extrovertierte Menschen, das sind Menschen, die ihre Gefühle sehr offen nach außen zeigen, die sehr offen sind, auf Menschen offen zugehen. Und man kann sagen, ihre Gefühle stehen auf ihrem Gesicht geschrieben. Und introvertierte Menschen, das sind Menschen, die in sich hineingekehrt sind, die mehr oder weniger alles, so wie man sagt, in sich hineinfressen und nichts oder sehr wenig von Emotionen nach außen zeigen. Es gibt extrovertierte Kinder, sogenannte temperamentvolle Kinder und es gibt introvertierte Kinder. Und extrovertierte Kinder zeigen natürlich ihre Emotionen sehr stark nach außen und man kann sehr deutlich erkennen, dass mein Kind in diesem Moment Angst hat. Bei introvertierten Kindern ist es ein bisschen schwierig. Da muss man das Kind mehr beobachten, mehr seine Handlungen unter die Lupe nehmen, mehr seine Mimik beobachten, damit man herausfindet, hat mein Kind Angst oder nicht. Bei entwicklungsbedingten Ängsten, die ich oben schon erklärt habe, ist es ganz klar zu erkennen. Oder diese Ängste sind klar zu erkennen. Zum Beispiel beim Körperkontaktverlust, zum Beispiel beim Säugling, würde uns das Baby die Arme entgegenstrecken. Und damit bringt das Baby das Bedürfnis nach Geborgenheit und Bindung zum Ausdruck. Das Fremdellen erkennt man schnell daran, dass sich das Kind nicht mehr vorbehaltslos in jedem Arm legen lässt. Beim Trennungsangst zeigt das Kind ganz deutlich, dass es traurig ist, zum Beispiel durchs Weinen oder wütend ist, durchs Schreien und fordert die Nähe von der Bezugsperson. Und Vernichtungsangst macht sich bemerkbar, wenn Kinder zum Beispiel Angst vor Monstern haben oder von Dinosauriern haben. Nun möchte ich euch natürlich erklären, was macht man, damit man eigene Ängste, zum Beispiel Angst vor dem Zahnarzt, Angst vor Spinnen, Angst vor Mäusen, Angst vor Terroranschlägen und so weiter und so fort, nicht auf das eigene Kind überträgt. Wenn man als Eltern merkt, in einer bestimmten Situation habe ich so Herzklopfen oder schweißige Hände oder trockenen Mund oder mir wird plötzlich schwindelig oder ich bin gelähmt, dann muss man sich fragen, Was ist das? Was möchte mir mein Körper damit sagen? Und wenn man zur Erkenntnis kommt, ich habe Angst, dann ist es schon der erste und der größte Schritt. Manchmal hilft es wirklich sehr und bewirkt Wunder, wenn man zu sich selbst sagt, ich habe jetzt Angst. Dann muss man erkennen, das ist meine Angst. Das ist meine persönliche Angst und sie hat mit den anderen nichts zu tun. Und schließlich sollte man seine Angst mitteilen, auch den Kindern gegenüber. Man sollte mit seiner Angst offen umgehen. Nehmen wir ein Beispiel. Nehmen wir an, das Kind muss zum Zahnarzt. Du als Mama hast sehr schlechte Erfahrungen mit Zahnärzten gemacht. Jetzt merkst du, irgendwie fühle ich mich unwohl. Irgendwie bin ich total zappelig. Irgendwie bin ich total nervös. Was ist denn los? Dann sag dir einfach Stopp. Was will mein Körper mir jetzt gerade sagen? Ich habe Angst. Ich habe Angst vor einem Zahnarzt. Aber das ist meine Angst. Das ist nicht die Angst von meinem Kind. Das ist meine Angst und ich habe schlechte Erfahrungen mit Zahnärzten gemacht. Wenn du zum Beispiel in zwei Stunden einen Zahnarzttermin mit deinem Kind hast oder schon am nächsten Tag, dann hast du ja gar keine Zeit, diese Angst aufzuarbeiten. Da gebe ich dir ein Erste-Hilfe-Paket für diese Situation. Für kurzfristige Termine, Situationen, vor denen man als Eltern Angst hat. Dann wäre es zu überlegen, wenn du als Mutter Angst hast vor einem Zahnarzt, dann wirst du doch nicht in der Lage sein, dein Kind beim Zahnarzt richtig zu beruhigen. Du wirst dazu nicht fähig sein. Der nächste Schritt wäre, dem Kind offen zu sagen, Heil mein Lieber, Heil meine Liebe, du hast morgen einen Zahnarzttermin. Falls was ist, ich kann dich dort nicht beruhigen oder ich kann dich nicht begleiten zum Zahnarzt, weil ich selbst Angst vor Zahnarzt habe. Was könnte die Lösung sein? Vielleicht schlägt das Kind selbst vor, Mama, lass mich mit Papa dann zum Zahnarzt gehen. Oder das Kind sagt, Mama, beruhige dich. Wir werden das schon hinkriegen. Auf jeden Fall, egal in welcher Situation, wenn diese Situation dir Angst macht, dann teile das dem Kind mit. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann stehe zu deiner Angst und sage deinem Kind, ich habe so eine Angst. Was können wir tun? Und oft beruhigen die Kinder in dieser Situation noch die Eltern und sagen, Mama, das kriegst du hin, das kriegen wir zusammen hin. Aber lass eure Kinder nicht unbeteiligt. Denn oft ist es so, die Eltern versuchen, ihre Ängste zu verbergen. Aber das Kind sieht doch an euren Emotionen, an eurer Körpersprache, an eurem allgemeinen Wohlbefinden, dass etwas nicht stimmt. Und das ist ganz, ganz schlimm, wenn seine Wahrnehmung nicht bestätigt wird. Denn Kinder empfinden das oft, dass sie die Ursache für dieses schlechtes Empfinden, schlechte Laune der Eltern sind. Also, lasst eure Kinder nicht unbeteiligt. Teilt eure Emotionen, redet über eure Angst mit dem Kind, fragt nach Möglichkeiten. Was haben wir für Möglichkeiten? Was denkst du? Was könnte die Lösung sein? Sollen wir gemeinsam vielleicht durch unsere Ängste oder durch unsere Angst, wirst du mich in meiner Angst begleiten? Und so verhindert ihr, dass ihr eure Angst auf die Kinder übertragt. Denn die Kinder wissen, das ist Angst meiner Mutter. Das hat mit mir nichts zu tun. Sie hat gerade gesagt, dass es ihre Angst ist. Viele Ängste nehmen wir bewusst wahr, zum Beispiel Angst vor Spinnen oder Angst vor Dunkelheit und so weiter und so fort. Die befinden sich in unserem Unbewussten. Und da haben wir keinen Zugriff. Um diese Ängste zu verarbeiten, falls du solche Ängste hast, sollte man am besten zu einer Therapie. Und wenn ihr als Eltern eure Ängste, die sich ihr im Unbewussten befinden, nicht verarbeitet oder nicht erkennen könnt, dann haben die Kinder gar keine Chance, diesen Ängsten zu entfliehen oder diesen Ängsten auszuweichen. In unserer Gesellschaft haben wir ja Kleinfamilien. Das heißt Papa, Mama, zwei Kinder. Papa, Mama, ein Kind. Früher haben wir ja in so großen Gemeinschaften gelebt oder nicht wir, sondern die Menschen mit Opa und Oma und vielleicht Tante und Onkel. Und dann hatten die Kinder die Möglichkeit, der Bezugspersonen auszuweichen. Hier in unserer Gesellschaft sind die Kinder komplett auf euch angewiesen und werden nur von euch beeinflusst. Also nicht nur ausschließlich von euch, aber was Familie angeht, hauptsächlich von euch. Aus diesem Grund müsst ihr an euren Ängsten arbeiten. An Ängsten, die im Unbewussten abgespeichert sind, damit ihr diese Ängste nicht auf eure Kinder übertragen könnt. Aus diesem Grund, ihr Lieben, arbeitet an euch, analysiert euer Verhalten und wenn ihr merkt, dort habe ich irgendwelche Ängste, dann arbeitet an euren Ängsten. Arbeitet bewusst an euren Ängsten. Und damit ihr besser versteht, wie Ängste entstehen, wie kann ich mich meinen Ängsten stellen, wie kann ich meine Ängste aufarbeiten, kann ich euch wirklich sehr zwei Bücher empfehlen. Das eine Buch heißt, Was deine Angst dir sagen will, Blockaden verstehen und überwinden von Andreas Winter. Und das zweite Buch ist auch ganz toll und sehr informativ. Das heißt, Ängste und Phobien, der Weg aus der Angst, Ursachen verstehen und bekämpfen. So, diese zwei Bücher verlinke ich euch in der Beschreibung. Ihr könnt euch diese gerne anschauen und wirklich lesen, wer Interesse hat und eigene Ängste aufarbeiten. Aber der größte und der wichtigste Schritt ist, wirklich zuerst zu erkennen, ich habe Angst davor, davor und davor. Und schon bei der Erkenntnis geht ihr anders mit Ängsten um. Ihr werdet schon sehr, sehr darauf achten, wie redet ihr in der Angstsituation mit eurem Kind, was sagt ihr und so weiter und so fort. Arbeitet eure Ängste auf, setzt meine Tipps um, vor allem diese Erste-Hilfe-Tipps, die sind sehr, sehr wichtig und denkt daran, die Kinder müssen nicht erzogen werden, die armen uns eh alles nach. Also meine Lieben, hier wären wir am Ende dieser Podcast-Folge. Ich hoffe sehr, dass ich euch mit ein paar Tipps helfen könnte, wieder in euch reinzuschauen, damit es euren Kindern besser geht. Mich hat es wirklich sehr gefreut, wieder für euch am Start zu sein, diese Podcast-Folge für euch aufzunehmen und freue mich auf die nächste Podcast-Folge nächste Woche und ich wünsche euch einen schönen Abend, ihr Lieben. Bis dann, hier war euer Ada. Bis dann, lä� bzw. uns